Wo komm ich jetzt da dran? Da gab's den Key Was ist da eigentlich? Ja Da hab ich mir viel Zeit, aber ich hätte jetzt alle Items, von daher Oh Gott, die wieder Krass, wie die ausweichen Ach, lass mich in Ruhe Geh weg Will ich nicht Doch, vielleicht will ich dich doch Warte mal So, ich will mich nämlich hier umschauen Ist hier was? Lauf bestimmt voll falsch Aber da unten hab ich noch Das sah sehr komisch aus mit den Kugeln Ah, jetzt ist das hier wieder Jetzt gehen wir mal durch Da Da Was ist damit? Komm ich da wieder hoch? Ja, gut Kann ich da durchrollen? Nein Ich muss jetzt mit dem Fahrstuhl hochfahren Wenn ich das richtig verstehe Aber wie? But how? Ah, Taya, Taya, Taya Was willst du? Warum hat dieses Teil eine andere Ja, das hab ich davon gesagt Es sieht nicht so aus, als sie sich verschieben Aber vielleicht mit etwas mehr Wucht LOL 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 Okay, warte mal Wo sind die nächsten? Oben Oben Okay Das heißt, ich muss wieder zurück Okay Hätte ich natürlich auch früher ausprobieren können, ne? Ah ne, hätte ich vielleicht nicht machen dürfen So Komme ich so wieder hoch? Ja, ich hoffe Nein, falscher Weg Stopp Halt, stopp Falsche Tür Hä? So Ah, jetzt bin ich hier Boink Und jetzt Scheiße, ich hab Mist gebaut, oder? Da komm ich da jetzt gar nicht mehr dran Oder doch? Ah, okay Ah, doch von hier Jetzt können wir da drauf Okay So Können wir da durchrollen Okay, wir hauen uns lieber durch, das ist sicher So Okay Oh nein Die letzte Hürde, Leute Die letzte Hürde Nein, ich will da nicht runter Ich will da nicht runter Ich will da hoch So So Eppa Und zack Okay Na dann Let's fight Ich hab nicht alle Fäden, aber das ist mir auch egal Na der sieht ja Der sieht ja angenehm aus So So Er hat ein Auge auf dem Rücken Stille und Alpon Gut Okay Ich muss wahrscheinlich als Geron hinterher rollen Ah, okay I see I see I see I see Okay Hallöchen Das Auge raus Ist ja ein bisschen grausam, ne Ich weiß nicht, ob das mehr Schaden macht oder so Ich weiß nicht, ob das mehr Schaden macht oder so Sollte es vielleicht rausziehen So So Ey Ich hab so die Stacheln draußen, oder? Ist auch egal So Oh komm Nein, wieso ist hier keine Rampe? Ach so mach ich ihm auch Schaden Ah, okay Ah, ich bin drauf Ah, verdammt Er ist ungefallen, er ist ungefallen Warte, 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 warte Okay Und wir weiter rollen Nein Nein Okay, das war gut Ich bin nochmal drauf gefallen Ist das Auge? Ja Oh, wie oft soll ich den denn treffen? So Okay So, verwandeln Verwandlung So Okay, weitermachen Aua Das war nicht nett Jetzt muss ich wieder so viel aufholen hier Oh Gott Ach, die will ich mich pumpen Muss ich jetzt erst So Kann er jetzt mal wieder verrecken? So ein bisschen wie GTA hier Autos ran Autoscooter Okay, okay, okay Stopp doch mal Oh mein Gott Piu, piu Okay Hallo Hallo Lass mich mal da hinrollen Wo ist er denn jetzt gestorben? Da hinten So Oh Gut Der Boss war jetzt nicht so Was ist das denn? Ist das eine Maske, die ich brauche? Oh mein Gott Goatsvermächtnis Goatsvermächtnis ist auf dich übergegangen Der reine Geist, der in dieser Maske gefangen war, ist nun wieder frei Heidegger mit dir Dank für seine Rettung Alles klar Alles klar Ich sehe gerade, dass wieder einige dazugekommen sind Hallo Und jetzt bringt er mir wieder ein Lied bei, ne? Was seid ihr? Geist 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 Okay Also seid ihr Schutzgötter? Deshalb wart ihr in den Tempeln Aber warum sind die Schutzgötter Nein, wartet. Hörst du mir zu? Hey, warte. Wer redet da eigentlich gerade? Taya? Taya, ne? Link wird's nicht sein. Suddenly Winter vorbei. Schön. Alles wieder warm. Wie sie sich freuen. Das ist voll dumm. Wenn ich die Zeit jetzt wieder zurückdrehe, ist wieder alles kalt. Verschneit. Der Frosch. Ich seh dich genau. Frosch. Na? Ich hab da was. Ich hab auf dich gewartet, Dongero. Verzeih mir, wenn ich mich täusche, aber bist du ein wenig schlanker geworden. Wie du sehen kannst, ist der Winter nur vorüber und der Frühling hat die Berge wach geküsst. Lasst unseren Gesang beginnen. Es sieht leider so aus, als wären nicht alle unsere Mitglieder erschienen. Vielleicht war der Winter zu lang. Oder es hat noch nicht jeder von uns bemerkt, dass der Frühling nun doch noch begonnen hat. Und das, wo uns der große Dongero persönlich besucht. Was für ein Jammer. Wie kann man sich als Sägerfrosch so weit von seinen Chorbrünern entfernen? Wie da noch Schnee liegt. Ja, da muss ich den Boss nochmal machen. Die Zeit ist ja bald vorbei. Hm? Moment. Das war vorher nicht da. 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 Wofür ist das hier? Ist das eine Abkürzung? Ah, wo kommt ihr denn her? Oh mein Gott. Das ist so ein Stein. Lol. Oh. Na gut. Der Mond ist schon ein bisschen nah dran, würde ich sagen. Verzieh dich. Oh. Okay. Äh. Können die Dinger mich stechen? Oh mein Gott. Sie können mich... Okay. Sie können mich angreifen. Was ist denn hier? So viel Zeug. Ey. Ich muss den Kackboss dann immer machen. Ich will doch... Ich will doch ganz viel sehen. Das geht nicht. Okay. Warte mal. Ich hab jetzt die Maske. Hallo Mond. Ja, wohin jetzt, ne? Äh. Da irgendwie da. Wäre wohl angeblich noch eine Kiste. Alter. Hier ist ein Frosch. Also das wird noch ganz schön stressig, wenn wir... Ach, jetzt sehen wir die Dinger auch. Wenn ich jetzt, warte mal, ich kann ja jetzt mal zu den Geronen gehen. Wo haben die da überhaupt noch Schnee liegen? Geh ich jetzt zu den... Ne, ich geh zum Hibernia-Berg, ne? Das ist nicht der Weg zum Dorf. Ich vertue mich immer wieder. Ja, okay. Das ist falsch. Dann drehen wir mal um. Dann drehen wir mal um. Das beunruhigt mich, dass der Mond so weit unten ist. Das macht mich echt... Kirre. Stopp. Stopp, 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 stopp. Da muss ich lang. Oder? Ja, richtig. Warte mal. Warte mal. Jetzt ist das doch auf. Ach, komm. Das Baby? Ah, Dami. Jetzt, wo es wieder warm ist, geht es mir schon viel besser. Auch wenn mein Papi nicht hier ist, werde ich nicht mehr weinen. Jetzt, wo der Frühling gekommen ist, sollte auch das große Rennen beginnen. Aber, dieser Felsen versteht den Eingang, deshalb kann ich nicht zum Rennen. Und deshalb, was? Und gerade hat der Frühling angefangen und ich war so aufgeregt und es geht gar nichts mehr. Ich hasse danach auch zu heulen, ey. Reicht hier eine Bombe? Ich glaube ja nicht, ne? Habe ich ja schon mal ausprobiert. Oh, eine Bombe würde nicht reichen. Tja, Kind. Geht nicht. Rennen ist aus. Rennen ist aus. Rennen ist aus.